Ich kenne das Turnier auch vom Frühjahr, als es noch Pony-Turniere gab, als es noch gar nicht im CSI-Bereich war. Und wenn man jetzt überlegt, wie die Bedingungen geschaffen worden sind, wie viel da passiert ist in den letzten 15 Jahren, das ist unglaublich, dass wir Sandböden haben, dass wir Trainingsplätze haben, wo die Witter unabhängig sind, dass der Ausstellungsbereich sich so verändert hat über feste Gehwege, alles überdachte Tribünen. Man muss das alles mal aneinanderreihen und sich auf der Zunge zergehen lassen, was hier in den letzten 15 Jahren einfach auch von der Familie Kasselmann geschaffen worden ist.